Traditionell sind es aber nicht. Der erste heißt Molly Ray Kinn. Der zweite heißt Matt Arthur's Robe von Ellie Bane in The Voice of the Love. Und der zweite heißt The Kitchen Piper. Wenn ich jetzt noch was zu trinken bekomme... Oh! Gucken Sie doch mal! Drei Reels, die wir so fortspielen. Sind Sie der? Sie laufen mit des Rammels. Du, die wir so fortschranken. In den letzten Restenern sind die Rammelskönig. Wenn ich Sie in die Rammelskönig. Heißt du, was sie in der Tat? Die rammelskönig. Die rammelskönig. In den letzten Schuylke des Rammelskönig. Die rammelskönig. Ihr seid nur noch. Sie sind auf jeden Fall. In den letzten Schuylke des Rammelskönig. Ihr seid nur noch nicht. Sie haben einen Rammelskönig. Amen. 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 Amen.